So Freunde, jetzt sind wir hier bei Full Mental Holiday, hier auf Mallorca mit dem Flo hier. Der Flo, der ist schon da, ne? Jetzt wollen wir mal gucken, was hier so abgeht. Guck mal, da sind ganz viele Menschen, die sitzen hier so rum und machen so eine Holiday-Sache. Flo, bist du noch da? Ich bin noch da. Nicht allein lassen, ich weiß, ich weiß, genau. Ich weiß noch gar nicht, wo ich bin. Ja, dann wollen wir mal gucken, wir spielen heute hier irgendwie um 17.30 Uhr, glaube ich. Genau. Und hier sitzen alle, die ganzen Leute, ne? Und machen einfach Holiday. Geil ist, ich zeige euch gleich mal die Bühne. Die Bühne, da gehen wir jetzt mal hin. Wer noch nicht da war, der kann sich das mal anschauen. Übrigens wollte ich mal richtig schön spanisch sprechen. Jetzt sind hier nur Deutsche, habe ich festgestellt. Jetzt gucken wir mal ganz kurz, guck mal her. Mal eben gucken, wir drehen uns mal um. Guck mal, hier ist mal die Bühne. Zecki, zecki, zecki. Seht ihr das? Ist das die Bühne? Seht ihr das da? Ja, ne? Kann man erkennen. Ziemlich geil, muss ich sagen. Jetzt gehen wir mal runter. Mambo Curta hat gerade gespielt. Ein bisschen geregnet hat es auch. Ich hoffe, bei uns regnet es gleich nicht. Mal gucken. Da kann man hier so richtig schön gemütlich sitzen hier. Guck mal, die sitzen da so gemütlich rum. Ist doch klasse hier. Klasse. Super. Hier ist der Pool. Mal gucken. Wer das noch nicht kennt. So. Oben hörst du dann melodischen Hardrock. Wir suchen nämlich den Rock. Der soll nämlich heute in der Badebucht sein. Und da, ach komm, wir gehen nochmal hier rein. Guck mal hier. Ja, ist dann noch hier ein bisschen so ein Raum, wo man hier ein bisschen... Jetzt hab ich den Kinomodus an. Jetzt lass den mal umschauen. Wollen wir rein ins Wasser? Jetzt rein, dann ist schon schön.